herzlich willkommen zurück zu let's play pokemon advanced adventure und es geht direkt weiter mit den kämpfen der kann ich natürlich drin bleiben hitmontop klingt nach dem kampf pokémon genau das sieht aus es hätte nur agilität wirkung die m37 mehr oder weniger sinnvoll aber ja okay einfach surfer leer gemacht mal schauen ob ich da was gegen habe das könnte ich doch theoretisch verwenden auch wenn es so weit ich weiß hat warum habe ich das nicht gleich das ist natürlich cool wo genau das gleiche wieder da mache ich aber flammenrad und noch mal ich bin extreme speed nein ich hätte mir aus als wieso keine wirkung aber oh man es wird langsam zu viel ganz ehrlich wo ist so viele trainer gibt es man trotzdem ziemlich an der welt außerdem trainiert nur ein pokémon wenn ich nur kann ich trainieren würde dann ist er nicht dass ich mich nur kann ich trainiere aber ich versuche ja auch ein bisschen auf die anderen umzulegen ich zufrieden wird wie singen keine ahnung kämpfe mal aufgänger das ding habe ich eigentlich irgendwas ich hätte kaputt nein das wird jetzt nicht dass man es trifft bisher die ganze zeit nein trifft doch trifft doch ja dafür habe ich mir da voll hier gekauft supertrank super portion gemüse und noch mal für kaputu ja toll noch mal schutz das war jetzt hier weniger gut aber da muss man sich mit rechner vergiftet zu werden hydropumpe ganz ehrlich man das ist zwar stark aber mit so einem feuer wasser typ kann man halt viel machen und crunch will ich jetzt auch nicht unbedingt verlernen ist glaube ich meine einzige undichtattacke und jetzt der letzte trainer für diesen weg zumindest wenn ich gleich aus der hülle rausgehe ist dann noch ein trainer gewesen wieder kann ich schon mal kurz heilen ja genau der typ dieser sagen ernsthaft der wechsel jetzt einfach mal ich habe keine ahnung was der typ da macht schluss mann nein bitte wach auf jetzt komm schon Ah, ich kann Ganker einsetzen. Das war mir jetzt auch egal. Hab ich gerade ernsthaft das Item da vergessen? Ich hab's vergessen, oder? Ich will ja das Pokémon nicht besiegen. Deswegen brauche ich jetzt ja auch nicht unbedingt AP aufsparen. DM11. Hier oben steht's wahrscheinlich. Nein! Oh, ich hab's vergessen zu besetzen. Ähm, er hat die Kontrolle über das Pokémon Hauptquartier übernommen. Das bedeutet, dass er die Kontrolle über alle Städte hat, in welcher Pokémon sind. Pokémon sind kraftvoll, aber wir sind intelligenter. Die sind nichts außer Werkzeuge und ich werde dir den besten Nutzen aus dem Pokémon ziehen. All dieses Reden, dass Pokémon deine Freunde sind, ist Müll. Ich werde meine Kraft benutzen und diese Pokémon versklafen. Ähm, ich hätte fast vergessen. Ja, ja. Okay, gegen den soll ich jetzt kämpfen. Ich hätte heilen sollen, vielleicht. Ach ja, er hat nichts weiter. Latios. Ähm, ja, okay. Ja, na toll. Das wird nix. Nice, man. Mach gut. Die Vergiftung würde ich immer mehr holen. Oh. Tropicos, nice. Gigasorger. Endlich. Ach nein. Nicht endlich. Ähm. Ja, mach ich. Nee, ich kämpf ruhig weiter. Nee, ich kämpf ruhig weiter. Was macht das Teil? Endlich habe ich meine Kombo. Yes. Ähm, du hattest Glück. Ich... ...bringe meine besten Pokémon... ...nächstes Mal mit. Oder so ähnlich. Besser, du siehst mich nie wieder. Es sieht aus, als müsste ich alles alleine machen. Nö, ich werde... ...nicht... ...irgendwas machen dieses Mal. Also mich zurückhalten. Wer wird sich diesmal nicht zurückhalten? Naja. Das wird er wirklich nicht. Ich habe die Animation noch aus. Fällt mir jetzt erst auf. Sorry. Was ist das? Irgendwas opfern. Kabuto. Ich werde mal Reitschuhe einsetzen. Ich werde mal Reitschuhe einsetzen. Weil ich gerade eben Arcani... ...geheilt habe. Jetzt habe ich es nicht gelesen, nein. .... aber ich werde mir liegen. das heißt leider nicht jetzt schiff das google jetzt schnell nicht schiff taste tango list alles mit reitschuh nicht schaffen oder ja warum macht er das was ist los mit diesem typen was ist los mit diesem typen alles klar hypnose und dann noch irgendwas anderes du fängst wirklich an mir auf die nerven zu gehen kein problem dieses wilde pokémon dieses wilde pokémon ist eines der stärksten das ist was wir haben ich ist jetzt nicht täuschen ich weiß es nicht genau das war es aber außerdem schon mit der folge genau zweifeln ist es wie das war schon mit der folge ich hoffe es hat euch gefallen es war diesmal etwas spannender und ja das war's ich denke ich noch zurück in meine pokémon kurz heilen aber ich weiß nicht aber ich glaube ich jetzt machen auf jeden fall tschüss bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal